Hallihallo liebe Freunde, während ein Flufflepuff im Chat geschrieben hat. Naja, das ist jetzt hier ne Nachvertonung. Hier sieht man ein paar Freunde, die ich habe. Und da bin ich wieder mal. Das schreckliche Eishorn. Äh, Eiseinhorn so. Und ja. Neben mir ist eigentlich Wolf. Ich meine Nachvertonung, während sie hier ist. Und sie könnte ja ruhig mal einen anderen Trick nutzen. Naja. Das ist ja auch meine Sache. Ja, sag's aber nicht. Okay. Was willst du denn das machen? Das werde ich, falls ja Kampfi ist, werde ich hier ich schneiden. Tja, ich mach mich da drinnen. Oh. Mit jedem Falle. Muss ich dieses anstellen. Schrecklich. Tja, ich weiß nicht, wo ich bin. Aber... Ja, ich werde... Ich kämpfe anscheinend immer noch. Keine Ahnung, was ich da mache. Oder ich schwimm einfach rüber. Da will ich wieder angreifen. Keine Ahnung warum. Ja. Bin bestimmt auf Questhunter Reihe. Apropos Questhunter. Heute wurde etwas aufgenommen. Im Vergleich zum Gameplay. Was schon etwas älter ist, das Gameplay sogar. Da wird... Naja. Also, ich würde sagen, es wird noch mehr Eloi kommen. Aber... Von einer anderen Seite. Wo will ich denn da hin überhaupt grad? Wahrscheinlich diesen Quest folgen, weil ich so viele Quests auf der Minimap habe. Nämlich... Die Qualität ist leider irgendwie kacke. Keine Ahnung warum. Die sich gerne verschlechtert. Äh, ja. Und nebenbei wird Hihi gesagt, weil ein Wolf hier ist. Entschuldigung. Guck. Ja. Ein Quest-File sagt, geh zum Portal. Und ich habe keinen Bock. Ich will die Quest in Heartlands fertig machen. Es tut mir schon bald laut Leid im Voraus. Ich will nicht lieb das. Ja. Wenn ihr irgendwas hört, ist das hier ein Wölfchen, was ihr eher kränkelt. Ja. Und das tut mir leid. Echt. Ja. Oh. 5800 Bits. Na, da habe ich aber mächtig gesammelt. Achja, ich habe mich ja eher tot. Und kaufe Rüstungen schon vor, die ich, ja, naja, noch nicht habe. Okay. Wo will ich hin? Also, wie gesagt, was habe ich für Questprobleme eher? Das eine ist verwirrt. Oder, nee, da habe ich es gerade erkannt. Damit ich diesen Weg nie langgegangen bin. Und obwohl dann die Stadt ist. Ich habe mich irgendwie so dumm. Irgendwie kam ich mir so dumm vor in dem Moment. Oh Mann. Na ja, Wölf hat ihr eigenes Problem. Entschuldigung. Ja. Ich verzeih dir. Ich verzeih dir Wölf. Dafür kann ich ja nichts. Ja, während das Einhorn da rumguckt. Das Einhorn guckt herum. Das Gürgchen ein Horn. Musste gerade sein. Nein. Naja. Zum Gameplay. Ja. Da war ich alleine. Und nicht wie jetzt. Halt. Und das Einhorn teleportierte sich überall herum. Weil sie keine Ahnung hatte. Oder? Doch. Sie hatte eine Ahnung. Sie hat einfach so eine Art für eine Quest gefunden. Und dann. Was und weiter. Ai, ai, ai. Nein, das kann ja ganz schön was sein. Um das so zu nennen. Mit den Quests. Und das wird noch schlimmer. Das kann ich auf jeden Fall garantieren. Aber ich habe eine Hilfe gefunden. Die hilfreich ist. Nämlich. Während ich mal kurz nebenbei helfe und ich nicht richtig hinsehe. oder? Äh, ja. Guck mal. Du wolltest weiß, oder? Ja. Ich hoffe, dass du jetzt mal richtig weiß tot habe. Aber. Naja. Wenn du das Puro weiß genommen hast, hast du garantiert. Achja. Ja. Ich helfe Wolfen nebenbei und ich schaue nicht mehr. Versteht aber das Gameplay. Aber egal. Nämlich. Gesundheit. Gesundheit. Ich bin ganz sehr unterwegs. Ja. Ja. Ich helfe nen Wolf bei den künstlerischen Akt. Oder ich habe ein Problem nebenbei verursacht. Also, Wolf macht hier nebenbei etwas anderes, weil ich hier gerade eh zu tun habe. Ja. Da fahren wir lieber weiter. Ja. Besser gesagt, sie paintet neben mir, während ich hier die Audio synchronisieren. Naja. Nicht synchronisiere, sondern eher nachspreche. Und ich dabei immer total gelangweig bin. Und ich Speedpade suche. Und einfach für meinen YouTube-Kanal. Ja. Während ich einfach Hate habe. Gegenüber. Nämlich. Weg. Weg. Die Zähne bleiben. Okay. Sie hat doch auch vier Zähne. Wie ist das? Ich habe ja nur gefragt. So in der Richtung. Ja. Es ist so. Ich bin als Bad Pony eigentlich. Sie ist verschnupft. Sie ist ja verschnupft als ein Bad Pony. Ja. Ich hoffe, ich habe für dich alles gefunden. Nämlich. Und noch zusätzlich. Nämlich. Ja. Wolf, du greifst sie. Ich glaube ich habe diesen Hengst gerade geboren. Er hat keine Ahnung. So. Wolf kann jetzt weitermachen. Achja, ich bin gerade auf Questsuche in dem Moment. Obwohl ich nicht genug Quests habe. Lidogic! Oh Mist. Ich kann nicht anders als möglichst alle Quests anzunehmen und möglichst ein Ita Messi zu sein. Ohne Witz, ich bin nicht ein Ita Messi. Weil diese Katzen und Tiere, was ich nicht habe. Dafür habe ich eine Lampe. Und ich weiß nicht, was es mit diesem roten Kreis, oder wie es auch immer heißt, was ich wissen will, auf sich hat. Keine Ahnung, das sieht aber sehr merkwürdig aus. Und irgendwie deplatziert. Einfach. Während ihr da schon wieder Flufflepuff meldet. Ihr seid dazu einfach kein Kommentar. Hm. Wir verhindern Questiang. Schrecklich. Hä? Äh, wie lange geht das hier eigentlich noch? Oh, nur eine ganze Weile. Na klar, ich hasse es, nachzukommentieren. Ich hasse es. Aber, was soll ich dazu sagen? Hm. Vielleicht. Nach was suche ich da gerade? Vielleicht sollte ich einfach nur einen Artikel kaufen? Ach, ich glaube schon. Ich glaube, ich weiß, was Miofane in dem Moment machen gemacht hat. Nämlich. Ja, ich kann mir jetzt denken, was passiert. Im allgemeinen Sinne. Miofane beklagt sich nebenbei über den Platz. Um das so zu nennen. Und sortiert ein bisschen das Inventar. Was hat das Einhorn vor? Das Verrückte. Was gerne von irgendwas hoch springt. Und das am besten zu nennen. Aber in Klaus, er hat das Einhorn leider eher mehr Todesangst in der Richtung. Naja, nicht richtig Todesgefahr, sondern einfach nur... Naja. Wie soll man es halt nennen? Sein und... Boah, ich weiß gerade wirklich nicht mehr, was ich sagen wollte. LOL. Irgendwie habe ich mich... Irgendwie habe ich dieses LOL mir angewöhnt. Keine Ahnung wieso. Warum. Weshalb. Ich musste diese Audio und drei weitere muss ich wenigstens nachkommentieren. Weil... Ja. Weil... Das Game gemeint hat einfach eiskalt. Oder besser gesagt, die Audio gemeint hat eiskalt. Ja. Anstatt deine Stimme aufzunehmen, nehme ich den Sound auf. Egal wie ich das gemacht habe. Hä? Das ist doch echt kacke. Das ist kacke. Das ist kacke. Ja. Während ich bei Party... Nämlich irgendwie zu viel TP habe. Also irgendwie diese Kraftpunkt-Dinger... Was weiß ich, wie die wirklich heißen. Ja und jetzt fange ich auch an zu bellen. Wolf steckt an. Ja. Wenn Wolf sich merken muss, was er angesetzt hat eigentlich. Mit ihrer Linie. Eigentlich überprüfe ich gerade damit was. Aha. Naja. Das Einhorn verbrachet auf jeden Fall ganz schön die Energieleiste. Nämlich oder diesen, was weiß ich, Kristall. Und das vielleicht auch mal so zu nennen. Und da könnte... Und dann kann Wolf auch schauen, was das verrückte Einhorn gleich macht. Sag, Kristall. Na. War ich auch. Ja. Oh Gott. Huiiii. Er springt wieder einmal. Und landet auf einem Baum. Huiiii. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Nämlich... Hier ist zwar ein Ausrufezeichen, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ernsthaft. weekly. Entschuldigung. Auf ди? Whoa. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich kenne sie. Sorry, es hat überhaupt nichts mit der LOE-Part zu tun. Ja, ich kann nur meine Widerstehne auch. Im LOE-Part einfach so irgendwelche Random-Ponyes anzuklicken. Und wie viel wird sie sich weitere Quests einsammeln, damit sie noch mehr verzweifeln kann. Schrecklich, oder? Oh ja. Also wenn man nicht genug von Putz hätte. Einfach genug von etwas. Gummibärchen töten ist cool gerade. Und illegal. Ja, und? Mist, duck ice in dem Fall. Ander hat hier gerade gefurzt. Toll. Ich drück hier etwas Gummibär zusammen und zieh den auseinander. Und dabei kam ein Furz genau im Hinterteil, was ich sogar nicht gespürt habe. Na ja, das Einhorn erforscht mal diesen Platz ein bisschen genauer und hat, na ja, diese beiden gefunden halt. Die eine, die sie sogar mit Toppy verwechseln könnte von den Farmen her. Oh ja. Aber hey, wenigstens Kekumibärchen. So kommt er dich. Ja. Oh. Da war die Grau. Also mein persönlicher Einhornmund ist geglückt. Keine Ahnung. Ich will irgendwie so persönliche Wünsche nebenbei haben einfach. Und als Einhorn macht es ja ziemlich viel Spaß nebenbei. Aber wenn man Mew-Fan heißt, dann kann man echt Kacke bauen. Zumal wir einfach von 10.000 Meter Höhe oder Kilometer Höhe einfach mal runterzuspringen. Was ich irgendwie zu gerne mache, einfach runterzuspringen. Mit Volldämmrich wäre ich eigentlich immer, fast immer so, na ja, wäre ich fast immer sofort tot. Also 0 KP, also HP. Naja, solange ich nicht in Cloud-Stay bin, bin ich eher nicht zum Stern verurteilt. Oh, dein Nase klingt gequält. Ja, hat man bestimmt gehört. Das tut mir leid, wieder heim. Ja, Rotzi ist nur hier. Nein, ich nicht mehr. Warte, Rotzi, ich helf dir mal, wenn du den Schwarz haben möchtest. Ich bin aber nicht direkt knallschwarz, weil die Überrennungsschritte so knallschwarz ist. Na, das ist ja etwas anderes. Siehst du das? Aha. Das ist nicht direkt. Das wollte ich aus dem Kratzen machen. Du warst aber viel zu hoch. Oh. Schön. Ja, tut mir halt leid. Musst du so eine Ausbesserung hinmachen? Ja. Aber jetzt mit anderer Farbe erstmal. Wie siehst du denn aus? Hast du gesagt, wie hast du kreiert? Ist das ein Unfall? Ey, ich schreib noch selber dazu. Unfall. Na dann, warte mal. Ich hab das eigentlich aufsitzig ja nicht mehr. Doch, da oben. So. Jetzt. Hier. Sollte eigentlich nicht gemacht werden, weil ich ihm ein Kostüm anziehen wollte. Na, generell. Einfach so. Ähm. Insofern, hilf, zieh sich irgendwo rum. Damit es so hoch genug ist. Und dann einfach wieder runter zu fallen, wahrscheinlich. Nämlich. Ähm, ja. Und dann kannst du da killen, Wolf. Oh, warte. Aber jetzt ist es drinnen. Löschen. Ist du hot? Ich schreib noch da mit dazu. Ja. Ja. Warte mal. Warte kurz. Ne, wegen Text allgemein. Verstehst du? Aha. Garry? So, hier. Ist aber nicht so einfach mit dieser Pose. Naja. Böse halt so. Also. Ja. Das Einhorn auf Umwege. Während ich's hier. Naja. Wenn ich's nicht aufnehme, bin ich gar nicht. Ich dann da auch futtern irgendwas. Das ist mir ja klar beim Hoffen. Ja. Ich weiß auch nicht. Ich hab permanent Hunger. Bei sowas. So. Was hat mir in der Fall vor? Quests oder so? Aha. Dieses Pony anquasseln. Und das hat wieder mal ein anderes Bild als normale Ponys. Und ich glaub, das hat grad Blättergeräusch gemacht. Ich hab's generell erst mal am Anfang gar nicht registriert, damit das sowas ist. Also Blättergeräusch. Aber mit der Zeit hab ich's dann mitbekommen. So. Ich hab's dann mitbekommen. Noch ein bisschen. So. Von dieser Farbe. Ich helfe mal wieder Wolfi etwas. Hast du eigentlich nicht Salz da näher als Salz? Ja. Trotzdem. Es war noch dunkler gemacht, als es schuld ist. Na, man muss die Linie noch erkennen. Verstehst du? Sieht doch wieder wässer aus, oder? Wollte, dass du mich da weggekommen, obwohl ich die Ausmessung machen wollte. Pass auch immer wieder schnell dahin. Naja. Miofane ist weiterhin auf Quest yet. Und was soll ich sagen? Das ist eigentlich langweilig. Damit da in der Anupferung es besser nicht war. Wolfi ist das egal. Hier ist es Wuscht und daher fertig. Ah, hier ist es also Wüstchen. Ich muss das gerade sagen. Ich konnte nicht mehr schnell weg Wurst hören, will ich irgendwie das gerne kontern. Aber witzig hab ich das noch nie gekontert gekriegt. Wegen hier komme ich gar nicht so weit dazu, ey. Sorry. Ich bin schlimm, ich weiß. Und das ist eigentlich auch in deinem Gameplay auch. Es hat kein Plan, wo die Quests sind. Und wie man sie abschließt. Mit welchem anderen daraus könnte man zu der Tempest-Wurruss-Gepäß hier... Ja, könnte man. Tempest-Shadow. Wolf weiß die Existenz von ihr. Okay. Weil sie hat schon... Warum habe ich jetzt Lust, das einfach mal zu machen? Na dann? Nein, nicht das. Warte, nicht. Ähm... Nein! Ähm... Nein! Warum? X! Entschuldigung! Ja, die haben sie eh nicht. Wie lange träg ich denn hier eigentlich? Hä, was? Oh! Oh, der Server hat sich da resettet. Seh ich gerade auch. Also, ich glaub, ich hab gesagt, wir sehen uns dann später oder so. Ja, theoretisch. Guck dir mal. Ich glaub, ich bin... Was mach ich da gerade? Gucken rum. Ah ja. Tschüss dann. Guck dir mal. Guck dir mal. Guck dir mal. Guck dir mal. Vielen Dank.